ne das wäre aber sie aber schon ziemlich lustig also für die aufnahme auf jeden fall geil und das ist für mich viel zu weit weg bringt bestimmt gute klicks erst mal vorankündigen hat er in dieser folge weggeschneckt warte mal hat die bist du da nicht im neuen bereich das fängt da nicht ein teil war mein gott ich glaube so viel scheiße ist da nicht noch ein festungsteil tatsächlich ist ja tatsächlich ist hier sogar ein eingang ich spiele mal gerade aus wie hier ist voll die voll ist voll die hardcore festung weiter hier geht's voll rein haben wir alles hier ist noch ordentlich festung aber richtig der beim start die frage ob der gesehen hätte wirklich auch ja klar habe ich das gesehen ich bin einfach über die dächer von der festung gelaufen alter hier ist noch richtig viel festung ohne scheiß wird schon ein schwarzes gerett gefunden aber ich sehe ganz viele leuchtende steinchen über mir als aber ist da gerade in luft geflogen ja was glaubst du eine mann auf wen schießen da ist gleich auf mich haben getötet ist hier auf einmal laber in der festung ist das denn es wartet mal auf mich mehr die bütze ist ja sonst finde ich ja nachher nirgends und ich gehe auch unterschiedliche wege alter ist hier laber das laber hat ihm zufassen leck mich leck mich leck mich leck mich hat die gewicht alter schieb die laber doch nicht um ja ich werde gut hatte ich dann auf der anderen seite ich wollte die weg machen bei ihnen aber aber das war so gut gemacht er hat es recht zu wollen wie gesagt gestern du hast sie ich wollte dass sie das war so geil die zombies kamen alle an in unseren raum rein Bram will die wegknallen und Hadi geht hin und blendet ihr die ganze mit der taschenlappe ich will fast in die laura reingerannt ja dann hör doch auf damit schau doch auf damit mama es war noch mal ein chunk 16 mal 16 keine ahnung aber da werden sich die zuschauer freuen peter endlich mal action hier war alter peter kriegt direkt auf die fresse ja das waren ganz schön viele schuss die da auf mein gott ganz schön viele schuss jetzt gehen wir auf die eier boah peter da ist aber meilenweit daneben geballert ich hab doch gerade gesagt du sollst mir nicht auf die eier gehen warte ich geh doch nicht auf die eier sollte man ja nicht alter ach komm die können mich mal am arsch lenken da ich bin ein ozelot ich bin ein toter ozelot verreckt du fickvieh die Ja, die sieht wieder nur Glowstone. Ne, 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 nix nur Glowstone, aber ich meine nur, wenn ich schon einmal hier bin, dann kann ich das auch mitnehmen. Ich habe nämlich noch gar nix davon, im Gegensatz zu dir, du hast ja schon so viel. Ich kann nicht sagen, dass hier die Monster riesige Festung ist und hier kein einziges schwarzes Skelett, oder hast du schon eins gekillt, Bram? Eins, aber hat nix fallen lassen. Oh, da war Peter gerade. Ja. War ein Zufall. Alter, es war ohne Spaß, ey, geh mal auf den Sack, ey, Wichslohn. Loll. Okay, hier ist ein schwarzes Skelett gerade gewesen, aber der ist runtergesprungen, hat sich, hat er jetzt gerade den Freitod gewählt, oder? Ah, da hat er mich in Schädel gedroht. Ach, schwarzes Skelett, willst du mich verarschen, jetzt bist du da unten? Das ist jetzt natürlich ein Problem. Wie viel Damage machen die? Die letzten nicht viel. Dann wird die Laborator bestimmt scheiße, oder? Nein, die machen die nicht viel. Weil, es ist ja hier ein Lohnspawner, deswegen krieg ich die ganze Zeit auf die Fresse, interessant. Der Peter, du hast zum Schnauern eine Diamantrüstung, oder? Ja. Man hat nix fallen lassen. Seid nie, Homo, ist dann jetzt schon wieder hin, das gibt's auch gar nicht. Da fehlt der Sauter gesprungen. Ja, weil hier so ein Skelett war. Hast du mir gerade ein Loch gemacht, ist ja nett. Ja, so bin ich. Ah, ja, ein weiter. Und da. Da war ich schon, da oben ist nix. Also, ich glaube, so einen riesigen Festungskomplex habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das ist ja echt der Hammer. Aber das ist ganz schön frech, dass hier so wenige Skelette sind. Ja, den Teil der Festung, den kannte ich noch nicht. Den anderen schon, aber der hier ist mir neu. Den hätten wir ohne Hardys Glowstick-Geilheit wahrscheinlich gar nicht gefunden. Ja, aber bis jetzt haben wir dadurch auch nix gewonnen. Ja, das stimmt. Fress mal, wir schießen das schon auf mich. Ach, da ist Peter. Guck dir das an. Ich höre einen Schleim. Ja, aber droppen die eigentlich? Ja, genau, habe ich ja schon. Magma-Cream droppen die, oder? Ja, Magma-Cream. Boah, jetzt hätte ich gerne den Ambrus, ey. Den würde ich richtig geil auf dem Schleim draufwerfen können. Fall in die Lava. Komm schon, komm schon, spring in die Lava. Komm schon, du willst doch zu mir. Na, verdammt, jetzt spring in die Lava. Naja, wenn das ein Magma-Cube ist, dann wird den die Lava vielleicht gar nicht mal so zerstören, oder? Ja, das könnte natürlich auch sein. Ich schwimme da dran. Die komischen Geister stört... Ja, wobei, ist was anderes. Kommt man denn hier überhaupt wieder zurück zu diesem Lohn-Teil da am Anfang? Zur Hölle kommen die hier rüber. Ja. Hier? Jetzt rechts? Ja, jetzt rechts. Seid ihr am schwarzen Skelett vorbeigelaufen? Ja. Ja. Ja, hammergeil. Das ist in der Lava gelandet. Hast du den Kopf noch gesehen, wie er verbrannt ist? Nein. Ah ja, okay. War hier das? Diese fucking Hühner schaffen es doch immer wieder, einen aufzuregen, ne? Oh, meine Ohne. Sind die geflohen? Nee, die sind... Die sind irgendwie aus ihrem Gatter da ausgebrochen. Das nervt. Boah, ey. Ich fände, jetzt könnte ich... Ich finde, so pro Gang könnten hier mal so 18 Viecher spawnen oder so. Weil die dich töten. Also ich finde, bei einer 2,5%igen Chance, so ein Teil zu kriegen, ist halt echt ziemlich lächerlich. Adios, wie riberizin? Was ist das? Wie hieß das? Wie riberizin. Ach, das ist ja wohl... Ja, riberizin hat aber wahrscheinlich noch eine niedrigere Chance als 2,5%. Wahrscheinlich. Dann hätte ich aber locker einen gezogen bei der letzten... ...wo ich meine 400.000 Münzen auf den Kopf gehauen hab. Hast du da überhaupt irgendwas gezogen? Naja. Ja, ich hab 300.000 Münzen Verlust gemacht. Nice. Kein nix. Also im Prinzip... Ich hab... Ja, ich hab sicherlich die andere andere gute Karte gezogen, aber das hat mir leider nicht meinen... ...Verlust wieder eingebracht. Nicht wirklich. Also seitdem nochmal... Alter, waren wir eigentlich da hinten schon, Peter? Ja, ich weiß, pass auf. Das ist der... Ja, waren wir. Oder was meinst du genau? Den da hinten. Alter, siehst du das schwarze Skelett? Wo? Links unten. Oh ja, das sind sogar zwei. Eins ist jetzt verschwunden. Lol, das schwarze ist verschwunden und das weiße lebt. Das ist aber kein weißes. Das vier hat einen schwarzen Helm auf. Ja, aber das hat bei mir... Das ist jetzt auch verschwunden. Wie behindert ist das denn? Wieso verschwinden die Homos denn? Schon frech, ne? Ja, die wollen nicht, Peter. Die wollen einfach nicht. Alter, das ist so krass, wie lang die Säulen sind, ey. Ja, so weit hier mal aufzubauen, einfach mal so aus eigener Hand, das wäre ganz schön viel Arbeit. Ja, aber...